Hey, hey, life in the dream house, oh yeah, life in the dream house, life in the dream house. Aber natürlich, Herr Botschafter, ich tue selbstverständlich alles, was in meiner Macht steht, wenn es um die Völkerverständigung dieser beiden Länder geht. Aha, mhm. Oh, es tut mir leid, Herr Botschafter, ich muss jetzt leider auflegen, aber ich bin sicher, Sie beide kommen auch ganz gut ohne mich, klar. Was ist denn mit dir, Chelsea? Ich fühle mich nicht besonders. Mein Plastik ist ganz heiß, mein Bauch tut weh und ich habe so komische Punkte im Gesicht. Hast du es mal mit einem nassen Tuch versucht? Aha. Ich befürchte, du musst zum Arzt, Chelsea. Ich sagte, ich glaube, du musst ganz dringend zu einem Aharzt. Warst du nicht schon mal Ärztin? Genau. Uh, Torte. Verzeih, dass es so lange gedauert hat, aber Frau Doktor hat jetzt Zeit. Sitz hier ja auch schon ewig. Zuerst musst du aber all diese Formulare ausfüllen. Das hier, das hier, das hier und das hier. Erledigt. Hey, was machst du? Beschreib doch mal deine Symptome. Mir ist heiß, mir ist schwindelig und übel. Ich habe überall Punkte. Und jetzt tut auch noch mein Handgelenk weh. Was tust du da, hä? Ich will nur helfen. Helfen ist genau mein Ding. Skipper beteiligt sich sonst nie bei sowas. Wir haben gerade kein Internet, also habe ich mir gedacht, ich könnte Stacy mal ein bisschen auf die Nerven gehen. Das ist nämlich genau mein Ding. Jetzt wollen wir doch mal sehen, was mit dir los ist. Dann spring mal rauf auf den Tisch, Chelsea. Auf den Tisch? Schütt erledigt. Wir werden als erstes mal deine Vitalwerte überprüfen. Hm, komisch, ich höre rein gar nichts. Perfekt. Was kommt als nächstes, Schwestern? Reflexe? Genau. Perfekte Reflexe. Jetzt werden wir gleich Gewissheit haben, was mit dir los ist. Lange Flanke auf rechts außen. Kenn ich schon. Aha. Chelsea, ich würde sagen, du hast ganz gemeine Plastikpocken. Werde ich denn wieder gesund? Aber natürlich. Alles klar, 219 Milliliter Pinke Zilin. Schnell. Ah! Stacy, das ist doch die Spritze für Pferde. Ah! Skipper, das ist die Spritze für die Elefanten. So, die ist richtig. Barbie, ich hab Angst. Ist schon gut, Chelsea. Es tut nur eine winzige Sekunde weh. Aua. Hey, mir geht es schon viel besser, Leute. Dankeschön, Barbie. Was? Das glaub ich ja einfach nicht. Oh nein. Ich hab mich angesteckt. Wir haben Plastikpocken. Ich hol mal eben das Pinke Zilin. Es tut nur eine winzige Sekunde weh. Ah! Ah!